Hey! Nate ist schon wieder in den Abgrund gestürzt. Wirf die Fackel da runter! Ja, mein Gebieter. Genau so. Ich hätte es auch immer links hängen. Ja, die Link. Stimmt aber auch nicht immer. Das ist die Schaft, oder? Das ist jetzt richtig. Wo hat es denn keine Lieblingshände? Ich weiß es. Sag es. Auf der Gang-Krieg-Version von Scheunert-Könzow. Völlig dicht. Oder, nein, es ist doch wieder hier auf dem Fahrrad-Könzow. Völlig dicht. Was ist denn da los? Knapp vorbeigesprungen. Das ist wie mit dem Kokospalm. Welche Kokospalm? Wie Klebe-Vaginas. 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 Ja. Come on! Throw it! Bam! 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 Bäm! 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 Das ist dein eigener Biergelenk, guck mal. Das ist wie bei irgendeinem schlechten Fußballspiel. Ich wackel da runter. Ich weiß schon, wie dieses Video bei mir geht. Soll aber gleich den Ziff reinbleiben. Man sollte meinen, hier hat inzwischen Übungen drin. Fick! Fick die Fackel! Das wird nicht so gut. Hm, nicht schlecht. Du musst doch da reinspringen. Ja, das ist nicht so. Das ist eigentlich schon nichts, was du sagst. Wann sind die Augen? Wann sind die Augen? Du musst da runterfallen. Geh da hoch! Geh da hoch! Geh da hoch! Kann man nicht hoch! Mit X! Er macht das nicht! Geh da hoch! 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 in der Spänzung. Ja, das ist zu langsam. Oh, das ist kein Problem. So, das ist nochmal da. Ich wollte gerade noch sagen, bitte positioniere dich an, bevor du springst. Ich wollte es gerade noch sagen. Gott sei Dank. Da habe ich auch nicht gerechnet. Ich wollte erst gerade ausspringen, dann ist ein Wasser zu spät und dann wollte ich da auch hastig links heranspringen. Das ist echt viel der Spinn. Ja. Wovon ernähren die sich alle? Von Dunkelheit. Von sich gegenseitig. Ja, das ist noch ein Backdown. Was denn ist sie hierin von? So wie du. Oh. Hier kann ich das drehen. Ey, Sully. Ey, jetzt bin ich hier? Da hätte ich es aber von Anfang an hinlaufen können und die Scheiße drehen können. Lauf. Warum nicht? Dann legen wir los. Nach dem des Wassers, ne? Das Wasser flossen nicht. Aber wie haben wir jetzt das Wasser zum Fuß gebracht? Indem du das da hochmachst. Ja, aber das hätte ich doch auch vorher schon machen können. Ja, wie denn? Dann bist du doch nicht hingekommen. Ich war doch hier schon. Nein. Das ist aber nicht überschlimm, oder? Das ist woanders. Das ist woanders. Und jetzt, hier mal. Komm, der ist ja eine Lange. Mit dem Körper. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Das ist doch einigermaßen sinnvoll. Saison. Nochmal. Jetzt fließt das Wasser und das Wasser. Du kannst als Kugel. Ich verstehe. Echt krasse Architekten. Ey. Das ist einigermaßen sinnvoll. Na los. Eee. Hier mal lieber. Ja. Das ist doch hier, das kenn ich doch. Das ist Saudi Aramien. Du kannst sie auch noch irgendwie irgendwo abzusehen. Ja. Hier, warte. Ah. Es ist sehr... Es ist wie Mariba. Extremely. Schwergängig. Es ist ein bisschen zu groß für Saudi Arabia vielleicht. Hä? Also hier ist Europa. Boah, jetzt bin ich völlig durch ein Tüdel. Ah. Das ist Europa. Äh. Es ist nur andersrum, was man das kennt. Äh. Es ist doch gar nicht Europa. Scheiße. Ist es das andersrum? Nein! Boah. Wie anstrengend das für mich sein, ne? Was ist das hier? Nur andersrum? Ja, ne? Das ist doch nicht. Ne. Spielverkehrt geht ja gar nicht. Oh. Dann muss so ein Hasenzipfel sein. Und so kenn ich gar nichts mehr. Da ist ein Hasenzipfel. Ja, das ist ja der gleiche wie eben, ne? Wie ihr wisst? Ich dachte, der hier. Und dann geht's über Spielverkehr. Na gut. Gucken wir uns mal den Rest der Welt an. Da wird ziemlich lange Fögel drauf. Ja. Wie ist das? 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 Ich glaube nicht mehr. Ich bin ja, ich erinnere mich, dass ich mich in die Sofrau gestaltet habe, weil ich mir die gleiche Grad wieder gestaltet habe. So viel Landmastel, wie da jetzt, dass er sowas jetzt gut sagt, ja? Sie haben auch, glaube ich, Landflächen schon gesagt, den Käpt'n auch, wie das. Ich glaube, der immer ist Zahn. Nee, ich glaube, der immer ist. Das erklärt aber auch, warum ich dieses Fachwort Landmastel immer im Kopf habe. Wo bist du denn? Ich glaube, was ist das hier? Es ist nicht spiegelverkehrt. Kann ich hier nicht in anderen Teilen vielleicht auch sehen? Das ist kleine Australien da links. Ist doch Australien oder nicht? Das weißt du nicht. Warst du schon mal in Australien in diesem Spiel? Nee. Hier, das ist Afrika hier. Du weißt doch gar nicht, was da Polizie für. Wie möchtest du denn dann irgendwie auf die... dahinter kommen mit deinem geografischen... Ja, das ist eine alte, verkackte Darstellung vor einer echten Welt. Ich weiß nicht, ich muss es halt gut probieren und gucken und sehen. Dann geh auch mal ein bisschen in die Hand und systematisch. Vielleicht von der anderen Seite auch gucken wir uns mal an. Ja, das ist nur diese Beleuchtung. Nee. Ach, das ist doch eine anstrengende Sache. Das hier auch gelöst. Ist das zweite, oder? Wenn ich das hier gelöst habe, dann haben wir noch eins. Das ist gescheitert. Kann ich hingegucken? Unglaublich. Ja. Du willst bei Doing Action mit den Daten. Okay. Hey. Was ist denn jetzt geworden? Kasse. Oben ist das jetzt offen, ne? Ich denke, vielleicht kann ich mir das mal auch schon mal sehen. Ich bin auf jeden Fall, wo das da passiert ist, wenn ich mich so gefreut habe, weil es ungefähr auf die gleiche Weise passiert. Hier wäre ja fast schon geil. Ein Bier? Das da. Das ist doch total voll. Da oben ist das da. Ja, ist noch voll. Haben die so eine Treppe aus Metallen? Und wann ist denn das? Das ist von 1742. Wir haben die Sammlung angefangen und dann sind die Sammlung gefaltet. Okay, wir suchen nach einer Reise. Alle Arbeiter sind aber nicht schön. Also wenn ich richtig lege, dann ist die Sammlung. Dann habe ich im Drache wieder die Drache. Der Drache. Der Drache. Der Drache. Ist der das? Ja. Genau so wie den, Frank. Wahnsinn! Und die Bösen Jungs und Mädels. Ach, die Bösen Jungs und Mädels. Ah, schau, da ist wer. Was habe ich gesagt? Ja, übrigens, Tervos hat sie. Was? Ja, ich habe es dir gesagt, als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlt. Und warum machen wir das hier? Warte, mach ich mal nicht was. Habe? Ja, Habe, das ist ja einfach. Habe, wie ich, wache. Da, siehst du? Zahle, ich habe es. Nein, nein, nein. Puh, und mit der kompletten Inschrift. Wir sind ja wohl in jemaligen Englisch. Durchgekommen, es ist herzlich. Aber an die Jo ist das. Gut gemacht. Wir haben es auch so gesagt, als wir frisch sind die grauen, die wir zurückkehren, die wir zurückkehren. Ja, lieber Herr. Ja, das ist. Okay, jetzt ist es wie weg hier. Gut weiter. Ach, Mist. Wie wird uns gefolgt? Wollen Sie mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Dann schießen wir. Ach so. Nein, nein, das sind einfach drauf. Bis bald. Ja, ist doch schön. Mach schon das Video. Warte schon? Ja, ist doch okay. Mach ein okayes Video. Das nächste. Wirf die Fackel da runter. Wirf die Fackel da runter. Ich hatte schon gewohnt. Okay, fertig. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Tschüss.